einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu neuen angezockt auf der playstation 5 mit einem playstation 5 spiel war sierter blatt winter die bilder sahen sehr geil aus das spiel ist eher so rund basiert ja kann man sich drum streiten aber so drum herum sah sehr geil aus was mich halt sehr neugierig gemacht hat das menü finde ich so ein bisschen von den farben ganz cool gemacht aber ein bisschen unübersichtlich so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir warten, dass der Gegner was macht. Wir sehen natürlich, dass er was macht. Das war's für heute. 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 Und dann ist das so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. 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 Wow, wow. Das war's für heute. 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 Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020